auf der wwdc ließ apple die bombe platzen und alle gerüchte diesbezüglich haben sich bewahrheitet ja apple hat jetzt eine eigene via brille namens vision pro und was da alles drin ist und wie sie funktioniert erfährst du jetzt in meinem video nicht vergessen den video ein like zu geben und den kanal zu abonnieren wenn du weiteren news zu diesem produkt nicht verpassen willst also jetzt viel spaß beim anschauen sie kommt im frühjahr 2024 erst mal in den usa raus und dann später natürlich noch nach europa der preis der ist heftig aber nachdem was da alles drin ist und was man mit ihr machen kann ist das dann doch schon etwas gerechtfertigt 3499 dollar sollen es sein was hier in europa dann so mungelt man etwa 3999 euro werden könnten aber lasst uns jetzt erstmal schauen wie sie funktionieren soll das gehäuse besteht aus dreidimensional geformten verbundglas was in einem aluminiumrahmen fließt der sich dann an dein gesicht anpasst mit der sogenannten leitziel kannst du dann die brille noch optimal an dein gesicht anpassen so dass das streulicht ausgesperrt wird das hintere kopfband bietet dir dehnung und atmungsaktivität so dass du die brille auch noch länger tragen kannst das seitliche kabel ist dafür da um es mit dem externen akku zu verbinden über den ohren befinden sich lautsprecher und die liefern dir ein räumliches audio und gleichzeitig bekommst du aber deine umgebung noch mit das äußere display zeigt deine augen und lässt aber auch noch andere wissen wenn du apps verwendest oder ganz in die virtuelle materie eingetaucht bist für brillenträger auch interessant es gibt eine kooperation mit zeiss optik und hier kannst du dann deine sehstärke optimal anpassen wenn du im zubehör die nötigen gläser bestellt es ist so dass die brille digitale inhalte mit dem physischen also mit dem echten raum verbinden soll du hast die möglichkeit durch eine bedieneinheit zu wählen wie viel realität und wie viel vom echten raum noch zu sehen sein soll weiterhin sieht man im gegensatz zu anderen via brillen noch deine augen und du natürlich auch durch die augen dein umfeld was ganz neue möglichkeiten und anwendung zulässt so kannst du zum beispiel damit arbeiten dir mit der brille einen kaffee holen ohne sie absetzen zu müssen was natürlich auch auf reisen oder im flugzeug mega viele anwendungen möglich macht was noch sehr interessant ist die brille benötigt kein zubehör dank der zwölf kameras fünf sensoren und sechs mikrofon wird das bild innerhalb von zwölf millisekunden auf die zweimal 4k displays gestreamt unglaublich was da alles möglich ist und du hast nur die pure brille auf und benötigt als zubehör nur das mitgelieferte kabel und das akku was laut apple circa zwei stunden batterie betrieben deine brille am leben erhält ganz tags kannst du sie natürlich auch nutzen aber dann weniger mobil und zwar mit einem netzteil an der steckdose und wie schon gesagt die vision pro wird hierbei ausschließlich mit handgesten und sprache gesteuert apps kann man im raum verteilen wie man es schon von anderen brillen kennt man kann sich 3d modelle aus anwendung ziehen um diese genauer zu betrachten die brille arbeitet aber auch mit apples bluetooth tastatur oder trackpad zusammen und so kann man die brille auch mit hardware bedienen und das ist wahrscheinlich gerade für alle interessant die noch nicht so alle steuergesten beherrschen weiterhin kannst du aber auch das display deines mac computers in die brille mit einbinden in punkto datenschutz wurde hier auch eine möglichkeit gefunden die ihres deine augen so zu scannen dass nur du als anwender zugelassen werden kannst die sogenannte apple optik id denn so bleiben deine inhalte und nutzung sicher und kein anderer kann sie dann sehen zusätzlich kann natürlich die vision pro auch als 3d kamera dienen die vollwertige 3d fotos und videos mit 3d audio aufnimmt und natürlich kann man auch filme auf gigantischen virtuellen bildschirm anschauen das ebenfalls auch in 3d die qualität soll dabei außergewöhnlich hoch sein damit auch im content genug 3d film material vorhanden ist hat apple eine partnerschaft mit disney angekündigt wo wir dann bestimmt auch über apple tv oder disney gute filme in dieser richtung erwarten können gleich zwei prozessoren sorgen dafür dass auch alles blitzschnell umgesetzt werden kann zum einen der apple m2 prozessor und zum anderen ein neuer 1 prozessor dieses dual chip duo führt dann die fortschrittlichsten computer-algorithmen aus um das alles lebensecht aussehen zu lassen in punkte wärmeentwicklung soll es hier auch kaum probleme geben da apple ein ausgeklügeltes kühlungssystem konstruiert hat alles in allem ein sehr gutes produkt was uns apple dann zu einem stolzen preis im nächsten jahr anbieten wird ob es was wird entscheidet im endeffekt der verbraucher und ich freue mich schon auf dieses neue gadget ich hoffe ich konnte euch das neue apple produkt durch meine einfache erklärung etwas verständlicher machen und bedanke mich fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bye bye und winke winke